Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tits Off. Testiere ja. Ja, neue Aufnahmesession, neuer Spaß, nicht wahr? Na dann, gehen wir mal mit Stolz da rein. Ah. Können wir uns aussuchen. Oh, wir können es nicht. Ja, wir können es aussuchen. Verdammt. So. Halt an, stopp. So. Halt an. So, was gibt es hier alles wohl? Ja, irgendwie klemmt gerade meine Taste hier. Fragt mich nicht, warum. Das nehmen wir gerne mit. Wir wollen ja nur ein bisschen erkunden. Mehr wollen wir ja gar nicht. Danke für die Information, Mick Leo. Haben wir aber nicht benötigt, die Information. Was gibt es hier so schön? Es ist nichts. So. Wofür das hin? Wo auch immer Mich hinbringt Ich bin richtig Okay, kommen wir nicht mal weiter Alter, der auch noch Na komm Perfekt Yes Wir werden immer besser Wenn wir uns KRP auch Oh, ist der 31, wusste ich auch noch nicht Man, wie dumm ich manchmal bin So, jetzt mal vorbeischleichen Da ist eine Truhe Mal gucken, was da drin ist Verdammt Und will alles haben Was ist das? Ein Felsen Guck uns mal ein, was da, was die jetzt zu sagen haben Huh? Was ist das? Das ist das, das muss man sein Was ist das, was da drin ist? Es ist nicht genug, um nur deine Augen zu benutzen Danke, Rose Danke Für Wenn konventionelle Thinking ein Wohl Manchmal braucht es Leute, deren Gehirn sind wild und untamend Leute wie du Ähm, bin ich sicher, dass mein Gehirn ein Standardproblem ist? Haha, sie hat keine Ahnung Okay Das wäre erstmal geklärt Das ist ein Monolith Ein richtig großer, fetter Monolith Wofür das hin? Nächstes Mal erkunden wir das Rein Ja Mal gucken, was wir diese Aufnahmesession schaffen Ich will übrigens ein Tempel schaffen noch Wie war denn Edna gefunden? Alter, das war jetzt krank Edna gibt es glaube ich über 2000 Ein Speicherpunkt, da ist doch was Ein Bosskampf? Das werden wir gleich mal sehen Was ist das? Komm Was war das für ein Vieh? Habe ich Glauben gebracht Wirst wahrscheinlich auf Distanz gehen bei dem So 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 Mann Alter, der Zaffel, ich habe gesehen Vergessen wir es Vergessen wir es Stellen wir uns die Sachen und hauen hier ab Doof Doof Auke können wir noch nicht besiegen Der ist wirklich doof Warum? So ein beschissenes Vieh Was war auf der anderen Seite ist Finden wir es raus Erstmal müssen wir wieder hoch In den zweiten Stock So Ich halte mich mal bereit Schauen wir uns mal hier um Weil hier geht es ja auch runter In den dritten Stock Vielleicht gibt es da was So Mehr ist das mal nicht Der bewacht Zwei Drohnen Okay Oh kacke I come Perfect Come Stop Now komm Yes Attack her Das war jetzt krass Aber immer noch keinen Schlüssel Okay Okay Interessant Haben wir uns doch mal durchgeschaut Wie geht es hier wohl nur weiter Können wir umsonst hier sein Da geht es weiter Ja Alles gut sind es aber nicht Das ist jetzt die Frage Was wir jetzt machen sollen Ich gehe erstmal hoch in den ersten Stock Was wir hier finden können Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas Man kann ja nie wissen Da ist eine Truhe Da ist eine Truhe So Damit hätten wir erstmal die Ruhe erkundet Verlassen wir die mal wieder So So speichern wir erstmal hier ab Und schauen uns mal hier um Flucht Flucht Wer kommt Na kommt Na kommt Gern wir es Da ist eine Truhe Da ist eine Truhe Da ist eine Truhe Michael Sieht Da ist eine Truhe Der Ja, hauen wir ab Lasst mich doch mal alle in Ruhe, ich spier es mal zu diesen Manoliten Ja, mehr wollte ich eigentlich nicht wissen Das heißt, wir können wieder nach oben gehen, zurück Wo wir auch hergekommen sind Da ist immer noch dieses Kissenvieh Aber Was soll ich eigentlich jetzt genau machen? Das ist ja die Frage Die ich mir gerade selber stelle Komm, versuchen wir es an dem Vieh So 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 Come Stop Ne, komm So So Stop Komm her Wir töten es noch in diesen Parts Das passiert noch Die XP So So So. So. Kurz, muss ich weglaufen. Wir haben schon mal 7.000 abgezogen. Dein Slames auf Rose. So. Na dann. Alter, die Zutöne wird schwer Komm Komm Jetzt haben wir dich Komm her Schnell Wir haben nicht genug Oh fuck Los komm Stop Was Ist das ein dummes Vieh Es hackt Nun soll ich ein paar Ihr könnt euch in der Kommentar beantworten Da lassen wir uns zum nächsten Part wieder Bis dahin Emerald Kontroll Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's